Die Lehrer gehen auf eine Party. Nichts kann sie aufhalten. Ah, mein Rücken! Die Lehrer feiern. Der Sportlehrer hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt werden wir feiern. Mein Rücken! Ich bin zu alt für sowas. Hey, diese Party ist so langweilig. Seht doch mal. Unsere Schüler schmeißen eine coole Party. Los, komm! Hallo, wir sind wegen der Party hier. Wir wollen Spaß haben. Sorry, kein Zutritt für Menschen über 35. Das ist eine Party für junge Leute. Die Security lässt seine Teamkollegen durch. Seht ihr, was ich sehe? Die brauchen Helme. Setz sie auf. Wir sind bereit. Hey, Quarterback! Tolles Spiel letzten Freitag! Der Trainer konnte den Treffer nicht verkraften. Schwächling! Das tut weh. Lass uns wegkriechen. Quarterback, fang den Ball! Folgt mir! Die Luft ist rein! Die Tanzfläche wird uns gehören. Mrs. Freddixon, lass uns tanzen! Oh nein! Nicht schon wieder dieser Football! Coach, wo sind deine Zähne? Sie sind draußen! Los, komm, Opa! Setz dich auf die Bank! Aufgepasst, Lehrer! Das hier ist ein sehr moderner Tanz. Fragt euch die Bewegungen ein. Wir schaffen das! Hey, schau dir unsere Moves an! So tanzen die jungen Leute heutzutage. Mein Rücken! Meine Arthritis! Meine Knochen! Auf geht's, Kollegen! Ab in die Notaufnahme! Daumen runter, Oldies! Halt! Geh durch! Stöckelschuhe! Das ist das Geheimnis, um reinzukommen! Mrs. Freddixon hat sich vorbereitet. Sie trug diese High-Hits auf ihrem eigenen Abschluss bei. Geh durch! Und wer ist das? Hm? Oh, schöne Haare! Ups, meine Haare! Sie liegen auf dem Boden! Bleib sofort stehen! Es reicht! Leg das auf deinen Bluterguss. Dann halte schneller. Aha, sei vorsichtig! Sorry, Mr. Quarterback! Kannst du mir sagen, wo ich Guadeloupe finden kann? Ich werde aus dieser Karte nicht schlau. Vielleicht da lang? Fragt mir! Während der Security auf die Karte schaut, riecht der Trainer genau zwischen seine Beine durch. Oh! Oh, oh! Das war wohl nichts! Ich glaube, der Lehrer steckt fest! Das ist nicht mein erstes Rodeo! Wir sind die Party-Polizei. Wir haben einen Tipp bekommen, dass minderjährige Schüler auf der Party sind. Wir müssen da rein und uns umsehen. Wartet mal! Ihr seht verdächtig aus. Ich werde Verstärkung rufen. Sergeant Jones, zeigt uns eure Ausweise. Was? Mr. Krabs und SpongeBob? Ich glaube, wir gehen mal lieber. Eine riesige Prinitz-Dose. Eine Sonderbestellung für den DJ. Lass uns durch. Warum ist sie so schwer? Was ist da drin? Ich kann nichts sehen. Wartet! Oh! Oh, Schmuggelware! Also echt! Weg mit dir! Hey, Kumpel! Komm her! Geh durch! Alle warten auf dich! Hast du das gesehen? Die haben ein besonderes Begrüßungsritual. Wir sollten das nachmachen. Leg einfach eine Bratpfanne auf deinen Bauch, damit es nicht weh tut. Los geht's! Hey, Quarterback! Oh, meine Hand! Dieser Quarterback hat Bauchmuskeln aus Stahl. Die Bratpfanne ist rausgefallen. Hey, Schwabbelbacke! Oh, meine Milz! Okay, hier ist dein neuer Plan. Das ist unsere Route. Von Punkt A zu Punkt B. Wir gehen einfach durch das Fenster rein. Lasst uns loslegen! Okay, ich geh zuerst. Haltet mich fest, Kollegen! Ups! Gute Landung, Mrs. Freddickson! Mr. Quarterback, wir haben ein Geschenk für dich. Eine VR-Brille. Los, setz sie auf! Du kannst dir Football anschauen! Pass zu mir! Ich steh frei! Los, kommt! Aber seid leise! Yay! Es hat geklappt! Lass uns feiern, Mrs. Freddickson! Die Lehrer gehen ab! Oh nein, Touchdown! Ähm, ist alles in Ordnung? Hey, ihr alten Knacker! Verschwindet! Das ist unsere Party! Komm schon, Mr. Quarterback! Bitte! Bitte lass uns durch! Wir wollen auch feiern! Please! Okay, gut! Ich will mal nicht so sein! Was? Der Quarterback ist in Wirklichkeit ein Mädchen? Wow! Tolles Outfit! Geht durch, Uldis! Ups! Ich glaube, wir sind spät dran! Die Party ist vorbei! Oh, Mist! Oh, Mist! Wir sind gerade erst gekommen! Wir können unsere eigene Party schmeißen! Und es wird richtig viel Spaß machen! Lass uns feiern! Wie fandet ihr unsere Idee, wie man Lehrer in eine Party reinschmuggeln kann? Schreibt uns, welches Versteck ihr am besten fandet! Sich in eine Pringets-Dose verstecken? Absätze tragen? Oder gebt ihr euch als Polizist aus? Vergesst nicht, Uru zu abonnieren! Und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst! Wir freuen uns! Bis zum nächsten Mal.